Live, wir freuen uns. Heute Giesbert Watti und das Lux Nova Duo begrüßen zu dürfen. Mit Shut Up und Play Your Guitar. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Amen. 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 Das nächste Stück heißt Abfertigung etüden und mit dieser Abfertigung hat das was ganz interessantes auf sich. Die Gitarre ist sozusagen vorgestimmt und Philipp Krebs schreibt im Kommentar zu seinem Stück, dass er nicht Gitarre spielt und er hat quasi die Komposition aber am Instrument erarbeitet und das entsprechend notiert. Aber heißt das dann, dass das Ganze nicht sonderlich gitarristisch ist, besonders für das Instrument geschrieben? Besteht leider noch der Reiz für dieses Stück? Besteht leider noch der Reiz für dieses Stück. Besteht leider noch der Reiz für dieses Stück. Besteht leider noch der Reiz für dieses Stück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.